Willkommen bei Mexiko Anleitungen & Tutorials. Heute zeige ich dir, wie du mit deinem Windows 10 PC schneller arbeiten kannst. Keine Angst, das ist keine bloße Aneinanderreihung von Tastenkombinationen, sondern ich werde ein Szenario durchgehen, das so im echten Leben vorkommt und dir zeigen, wie du mit Maus und Tastatur schneller ans Ziel kommst. Bleib bitte dran, auch wenn du das meiste schon kennst, vielleicht ist ja doch das ein oder andere Neue für dich mit dabei. Fangen wir beim Start des PCs an. Hier dieser Sperrbildschirm, den kannst du ganz einfach durch Drücken der Enter-Taste wegkriegen. Du musst nicht mit der Maus rummachen und wenn du das Kennwort eingegeben hast, drückst du einfach auf Enter, dann musst du auch nicht mit der Maus auf diesen Pfeil klicken. Ich möchte das Ganze wie gesagt in einem Szenario demonstrieren, das im echten Leben auch vorkommen könnte. Und zwar möchte ich Urlaubsbilder auf dem Computer kopieren und diese auch bearbeiten, umbenennen und so weiter. Fangen wir mit dem Öffnen des Dateiexplorers an. Drücke dafür einfach die Tasten STRG und N. Da hast du ihn schon. So und nun kannst du hier natürlich mit der Maus rumwerkeln, aber ich will dir was anderes zeigen. Das heißt, du kannst eine der Pfeiltasten drücken und du siehst, es kommt dann hier eine Markierung und mit den anderen Pfeiltasten kann ich dann entsprechend diese Markierung verschieben. Wenn ich mehrere Sachen auf einmal markieren möchte, kann ich auch die SHIFT-Taste gedrückt halten und dann mit den Pfeiltasten nach rechts und links gehen bzw. nach oben und unten und so Sachen dazufügen oder abwählen. Ich möchte jetzt aber meinen Ordner Max Mustermann öffnen, deswegen markiere ich ihn und drücke dann einfach die Enter-Taste und schon öffnet sich der Ordner. Nun möchte ich zum Ordner Bilder, also drücke ich wieder eine der Pfeiltasten um die Markierung zu starten, drücke dann so oft nach rechts bis ich bei Bilder bin und drücke dann wieder die Enter-Taste zum Öffnen. Das gleiche kann ich hier auch machen, gespeicherte Bilder und öffnen. Soweit wollte ich jetzt aber eigentlich gar nicht, ich möchte wieder eins zurück. Jetzt kann ich natürlich hier oben links auf diesen Zurück-Pfeil klicken. Ich kann aber auch einfach auf der Tastatur den Zurück-Pfeil sozusagen drücken, das ist die Backspace-Taste. Das ist ja im Prinzip auch ein Pfeil nach links, also einfach da drauf drücken und schon geht es eins zurück. Funktioniert natürlich auch über alle anderen Sachen hinweg. Wechseln wir mal wieder schnell rein hier. Nun möchte ich einen Ordner für meine Urlaubsbilder erstellen, dafür drücke ich die Tasten STRG-SHIFT-N und dann kommt er schon und es ist auch der Text blau markiert, das heißt ich kann sofort mit dem Tippen beginnen. Das nenne ich jetzt einfach Urlaub und drücke zum Bestätigen die Enter-Taste. Jetzt heißt der Ordner so, ja und wenn ich ihn öffnen will, dann drücke ich einfach Enter und schon ist er offen. Da sollen jetzt meine Bilder rein, also schließe ich meinen USB-Stick oder die Kamera oder SD-Karte an. In der Regel geht dann das Fenster automatisch auf und dann habe ich ja jetzt hier zwei Ordner und ich möchte die Bilder von diesem Ordner in diesen Ordner kopieren. Das kann ich jetzt natürlich auch einfach so machen, aber ich möchte dir was zeigen und zwar kannst du mit der gedrückten linken Maustaste hier oben diese Titelleiste packen und dann kannst du das Fenster normal rumschieben und du kannst es jetzt aber auch ganz rechts gegen den Bildschirmrand schieben, so lange bis hier dieser Rand angedeutet wird und dann lässt du los. Dann nimmt das Fenster jetzt genau 50% der Bildschirmbreite ein. Links schlägst du dann jetzt schon das andere Fenster vor. Wenn du mehrere offen hast, sind hier mehrere zur Auswahl und dann klickst du auf das Gewünschte und schon hast du hier einen Splitscreen. Also du kannst jetzt hier so ähnlich wie damals im Norton Commander mit zwei Ordner nebeneinander arbeiten. Nun möchte ich alle Bilder rüber kopieren und wir gehen jetzt mal davon aus, dass das mehrere hundert Stück sind. Mir ist das jetzt auf jeden Fall zu umständlich das mit der Maus zu machen. Das heißt ich drücke STRG A und habe dann alle ausgewählt. Aber natürlich auch diesen HP Scan Ordner hier vorne und den will ich eigentlich nicht haben. Das heißt ich drücke jetzt die Steuerungstaste auf der Tastatur und klicke dann, während ich die Steuerungstaste gedrückt halte, mit der linken Maustaste auf diesen Ordner und dann ist der abgewählt. Das kann ich natürlich auch mit Sachen machen, die zwischendrin sind. Angenommen ich will das Panorama nicht dabei haben. Steuerungstaste gedrückt halten und hier draufklicken und dann ist das Panorama auch nicht ausgewählt. Will ich es wieder haben, Steuerungstaste gedrückt, draufklicken und dann ist es ausgewählt. Und jetzt kann man natürlich die Sachen mit Rechtsklick und kopieren und so weiter, rüber kopieren oder man packt sie einfach mit der Maus und zieht sie hier drauf. Du siehst dann schon hier am Mauszeiger ist jetzt ein Plus und es steht Kopieren. Wenn ich jetzt das ganze nicht kopieren will, sondern verschieben, dann drücke ich, während ich hier immer noch die linke Maustaste gedrückt halte, auf die Shift-Taste und halte sie gedrückt. Dann steht jetzt hier nach Urlaub verschieben. Das heißt die Bilder würden dann auch gleich vom Stick verschwinden. Mach ich doch das mal. Ich lasse jetzt zuerst die linke Maustaste los und dann erst die Shift-Taste. Nun sind die Bilder verschoben. Jetzt brauche ich meinen Stick nicht mehr, den kannst du auswerfen mit Rechtsklick da drauf und dann auf Auswerfen. Jetzt darfst du ihn abstecken. Nun stört mich diese halbe Ansicht so ein bisschen, deswegen packe ich das Fenster jetzt wieder oben in der Titelleiste mit der gedrückten linken Maustaste und ziehe es einfach ein Stück nach unten und wie du siehst, ist es jetzt wieder genauso groß, wie es vorher war. So, nun möchte ich diese ganzen Bilder auf einmal umbenennen. Das geht, indem du die F2-Taste drückst, während sie markiert sind. Dann wird der Dateiname des ersten Bildes blau hinterlegt und du kannst tippen Urlaub 2015 und drückst dann die Enter-Taste. Und wie du siehst, werden jetzt alle markierten Bilder mit umbenannt und automatisch durchnummeriert. Nun fällt mir ein, dass ich den Urlaubsordner auch mit 2015 ergänzen möchte. Jetzt kann ich natürlich einfach auf die Backspace-Taste drücken und springe damit zurück in den Bilderordner. Da der Ordner Urlaub jetzt auch immer noch markiert ist, drücke ich jetzt einfach nochmal die F2-Taste. Jetzt ist der Text Urlaub markiert. Ich würde ihn also überschreiben, wenn ich jetzt zu tippen beginne. Ich drücke aber stattdessen auf die rechte Pfeiltaste, dann blinkt der Cursor hinter Urlaub und kann jetzt einfach Leertaste und 2015 schreiben und dann mit Enter bestätigen. Jetzt will ich wieder rein in den Ordner, also einfach wieder Enter drücken und schon bin ich drin. Genauso kann ich natürlich auch die Dateien anschauen. Ich drücke jetzt auf eine der Pfeiltasten, um ein Bild zu markieren und dann kann ich ja meine Auswahl treffen, indem ich mit den Pfeiltasten hin und her springe und das will ich jetzt sehen und drücke Enter. Und dann öffnet sich das in dem Programm, das eben zum Öffnen von Bildern voreingestellt ist. Wenn ich das Fenster schließen will, drücke ich einfach die Tastenkombination Alt und F4 und schon schließt sich das Fenster. Nun möchte ich dieses Bild mit GIMP bearbeiten. Dafür drücke ich auf die Windows-Taste, dann öffnet sich das Startmenü und dann gehe ich hier auf alle Apps und jetzt kann ich entweder bis zu G scrollen, was jetzt nicht weiter schlimm wäre, aber ich kann auch auf einen dieser Trennbuchstaben hier klicken und dann kriege ich eine Übersicht über die Buchstaben angezeigt und kann jetzt auf G klicken und dann springt es direkt zu den Programmen, die mit G beginnen und dort kann ich jetzt auf GIMP klicken. Nun öffnet sich GIMP im Vollbildmodus und ich sehe meine Dateien nicht mehr. Mit der Tastenkombination Alt und Tab kannst du jetzt zwischen den offenen Fenstern hin und her springen. Dabei ist es wichtig, dass du Alt die ganze Zeit gedrückt hältst und mit Tab kannst du dann jeweils die Auswahl verändern. Ich mache jetzt hier also die Auswahl auf diesen Urlaub-Ordner und lasse dann die Alt-Taste los und schon ist der Urlaubs-Ordner im Vordergrund. Und jetzt packe ich mir einfach mit der gedrückten linken Maustaste das Bild und ziehe es hier drauf auf dieses GIMP-Fenster und du siehst schon hier an der Maus ist jetzt so ein kleines Plus-Zeichen. Und da lasse ich jetzt einfach die Maustaste los und schon öffnet sich das Bild in GIMP, ohne dass ich jetzt lang über Datei öffnen die Datei her suchen musste. Das funktioniert in den meisten anderen Programmen auch. Einfach mal ausprobieren. Jetzt habe ich das Bild in Schwarz-Weiß umgewandelt und möchte es als Kopie speichern. Ich möchte nicht das Original überschreiben. Deswegen wähle ich Speichern unter aus und die Tastenkombination dafür ist STRG-SHIFT-S. Und wie du schon siehst hier unten, dieses Speichern ist so blau hinterlegt. Das heißt, wenn ich jetzt Enter drücke, mache ich genau das, was eben auf dieser Schaltfläche steht. In diesem Fall Speichern. Nun möchte ich das Bild in einen schon vorhandenen Aufsatz einfügen und wechsle dafür mit Alt-Tab zum Dateiexplorer. Und damit ich jetzt hier das nicht verliere, drücke ich auf STRG-N und öffne damit ein zweites Fenster. Dort navigiere ich jetzt zu Dokumente und habe hier schon meine Texte und kann meinen Text auswählen und mit Enter öffnen. Nun will ich mein Bild hier reinziehen. Ich wechsle hier also wieder zu meinem Bilderordner, schiebe mir das Ganze nach rechts gegen die Seite, wähle links mein WordPad aus. Ich habe wieder die Halb-Halb-Teilung und nun kann ich mein Bild packen und hier reinziehen. Wie gesagt, das funktioniert mit den meisten Programmen. Nun kann ich das Ganze mit STRG-S einfach speichern, also keine Kopie speichern, sondern einfach dieses Dokument so wie es jetzt ist speichern. Und dann kann ich es beenden und zwar geht das auch mit einem Doppelklick hier oben links in der Ecke. Mein Ordnerfenster packe ich wieder oben in der Titelleiste und ziehe es runter, dann nimmt es wieder die gleiche Größe an, wie es vorher hatte. Mittlerweile ist es ziemlich unübersichtlich geworden mit den vielen Fenstern und jetzt fällt mir auch noch ein, dass ich schnell was bei Wikipedia nachschauen will. Und wenn ich jetzt noch den Browser öffne, dann ist das Chaos komplett. Deswegen füge ich mir jetzt einen neuen zweiten Desktop hinzu. Dafür drücke ich die Tastenkombination Windows, Steuerung und D für Desktop. Und schon habe ich einen komplett aufgeräumten zweiten Schreibtisch und kann dann jetzt hier den Browser öffnen und nach Vogelbären suchen. Hier markiere ich mir jetzt den lateinischen Namen, drücke STRG-C auf der Tastatur für Kopieren und jetzt wechsle ich wieder zurück zu meinen Latein, indem ich die Windows-Taste gedrückt halte und dann auf die Tab-Taste drücke. So ähnlich wie wir vorher zwischen den Fenstern durchgewechselt sind, habe ich jetzt hier eine Übersicht über die verschiedenen Desktops und ich kann jetzt mit einem Klick auf den Desktop 1 wieder zu meinem Chaos zurückkehren und wenn ich noch was nachschauen will, drücke ich wieder Windows und Tab, kehre zu meinem zweiten ordentlichen Desktop zurück, dann drücke ich wieder Windows, halte gedrückt, drücke kurz auf die Tab-Taste, dann kann ich beide loslassen und dann fahre ich hier unten mit der Maus auf diesen Desktop, klicke aber nicht, dann siehst du schon, ich habe jetzt hier die Übersicht und ich kann jetzt direkt auf das gewünschte Fenster gehen und hier klicken und bin dann in meinem Chaos zurück und schon gleich im richtigen Fenster. Und jetzt, der Text 02 ist immer noch markiert, drücke ich einfach die F2-Taste zum Umbenennen und füge mit STRG V den lateinischen Namen für Vogelbären ein und drücke dann auf Enter und jetzt habe ich ganz schnell und einfach mein Textdokument umbenannt. Das Fenster brauche ich nicht mehr und schließe es mit Alt F4. Sehr praktisch ist übrigens auch diese Adressleiste hier oben, ich befinde mich ja jetzt gerade im Ordner Urlaub 2015, wenn ich jetzt aber schnell zu Max Mustermann möchte, muss ich nicht ewig zurückklicken, sondern ich kann auch einfach direkt hier oben auf Max Mustermann klicken, mein Benutzernamen und schon bin ich da. Wenn ich jetzt die Backspace-Taste also auf Zurück drücke, komme ich übrigens in den zuletzt geöffneten Ordner zurück. Um die Suche aufzurufen musst du übrigens nicht unbedingt unten ins Suchfeld klicken, sondern du kannst auch einfach die Windows-Taste drücken, dann kommt nicht nur das Startmenü, sondern hier unten in der Suchleiste blinkt auch der Cursor, das heißt du kannst direkt eintippen und du kannst damit dann natürlich sehr schnell Programme und Einstellungen aufrufen. Du könntest jetzt hier einfach Rechner eintippen und Enter drücken, dann würde sich zum Beispiel die Taschenrechner-App öffnen. Oder du gibst die Rechenaufgabe direkt ins Suchfeld ein. Sie kann sogar relativ komplizierte Sachen lösen, wie zum Beispiel Klammerrechnungen. Wir geben jetzt hier mal ein, in Klammern 3 mal 4 geteilt durch 2 und müssen nicht mal Enter drücken, du siehst in Echtzeit hier oben das Ergebnis stehen. Oder du rechnest Maßeinheiten um, zum Beispiel 10 Milliliter in Liter. Oder 15 Zoll in Zentimeter. Das Ganze blendest du aus, indem du wieder auf die Windows-Taste drückst und dann nochmal, dann verschwindet das Startmenü. Kommen wir zu den letzten zwei Tipps. Angenommen du möchtest jetzt hier noch was schreiben und das dann im Ordner Urlaub 2015 abspeichern. Du drückst also STRG S und dir wird natürlich der Ordner Dokumente vorgeschlagen und nicht Urlaub 2015. Du kannst jetzt hier entweder mühevoll hin navigieren oder du klickst hier drüben auf das Fenster, klickst hier in die Adressleiste rein, irgendwo wo nichts steht, dann siehst du schon das wird hier alles blau hinterlegt. Dann drückst du STRG C für Kopieren, klickst hier drüben auf dein Fenster, klickst auch hier in diese Adressleiste rein und drückst STRG V und dann Enter. Und schon ist als Speicherort dein Urlaub 2015 Ordner ausgewählt. Dieser Trick funktioniert in allen Programmen, die eben hier diese Adressleiste anzeigen. Nun geben wir den ganzen noch einen Namen, einfach reinklicken und wenn es blau hinterlegt ist drauf losschreiben. Und dann, da hier dieses Speichern so blau umrandet ist, kannst du jetzt einfach so auf Enter drücken und weißt, es wird jetzt gespeichert. Nun möchte ich hier noch in Ruhe weiterschreiben und irgendwie nerven mich diese ganzen Fenster, die hier im Hintergrund offen sind. Deswegen fahre ich jetzt mit der Maus hier oben zur Titelleiste von WordPad, halte die linke Maustaste gedrückt und wackele dann so hin und her mit der Maus. Und wie du siehst verschwinden alle Fenster im Hintergrund und ich habe jetzt hier mein Textdokument alleine offen und bin ablenkungsfrei. Wenn ich die Sachen dann doch wieder so haben will, wie sie waren, fahre ich wieder hoch mit der Maus, pack die Titelleiste mit der linken Maustaste, wackele hin und her und schon sind die Sachen wieder alle im Hintergrund offen. Funktioniert natürlich nicht nur mit WordPad, sondern auch mit allen anderen Programmen. Eine weitere praktische Sache für ablenkungsfreies Arbeiten ist, wenn dir das hier alles zu viel wird, machst du einfach auf der Titelleiste des gewünschten Programms einen Doppelklick und dann ist das auf Vollbild und du siehst dann nur noch das. Und wenn du alles wieder sehen willst, machst du hier oben wieder einen Doppelklick und dann ist es wieder so wie es vorher war. Ein letzter schneller Trick, wenn dir das alles zu viel wird, drücke einfach auf Windows und D, dann macht es alles klein und du siehst deinen Desktop. Das Herunterfahren deines Computers startest du übrigens, indem du während du auf dem Desktop bist, Alt F4 drückst. Und dann ist ja sowieso hier schon ein Herunterfahren ausgewählt. OK ist auch schon blau hinterlegt, ich muss nur noch Enter drücken und das war es mit diesem Video. Ich hoffe es hat dir gefallen und wenn du meinen Kanal unterstützen möchtest, dann tätige bitte deinen nächsten Amazon Einkauf über meinen Partner Link in der Videobeschreibung. Vielen Dank schon mal. Solltest du noch Fragen haben, poste sie unten in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen, bitte gib mir einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal. Keine Angst, das kostet nichts. Das bedeutet nur, dass du von YouTube informiert wirst, wenn es von mir neue Videos zu sehen gibt. Und hier findest du mich im Web, bei Twitter und bei Facebook. Bis zum nächsten Mal bei Mexiko, Anleitungen und Tutorials.